Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir sitzen heute zu viert zusammen, um euch ein weiteres, vielleicht interessantes Thema näher zu bringen. Wir sind einmal Flo in Saarbrücken. Hallo Flo! Hallihallo! Hallihallo! Dann haben wir noch den Olli in Köln. Moinsen! Moinsen! Und natürlich unseren großen Elias in Saarbrücken. Du bist ja wirklich groß, fällt mir gerade auf. Stimmt, das passt sogar. Ich glaube, wir sind alle irgendwie groß. Wobei, warte mal, Flo, bist du groß? Ach, naja, ist ja egal. 1,83, ist das groß? Perfekt. Ja, da sind es ja also die vier Großen. Von den vier Großen mindestens zwei, die echt Ahnung haben, deswegen wirklich groß sind in Geschichte und Historie und Ähnlichem. Trotzdem lassen wir es uns nicht nehmen, also die Nicht-Historiker, also Olli und meine Wenigkeit, hin und wieder auch mal was zu sagen. Und heute ist der Tag, die Folge, in dem wir nicht die Historiker sprechen, sondern die Möchtigern-Historiker. Im Konkreten meine Wenigkeit. Und natürlich darf ich nicht versäumen, vorher abzufragen, ach so, ja, naja, was in der letzten Sendung eigentlich lief. Das war eine Plauderstunde, die letzte, so nach regulärer Zählung, so oder nach Standardzählung. Aber was war, was war denn thematisch davor? Jetzt muss ich echt mal, oh Gott, jetzt muss ich mal grübeln. Das beantwortet uns am besten nicht Flo. Ah, genau. Ach, das war's. Das war's, gut. Dann, Elias, bitte, kannst du uns kurz mal, oder vielleicht weniger uns als den ZuhörerInnen näher bringen, was in der Folge 97 Flo vortrug? Ja, das kann ich. Also einerseits habe ich endlich gelernt, was dieses Wort bedeutete, um das es geht. Ihr hattet da ein leichtes Brett vorm Kopf, aber ja. Eigentlich ging es um ein spezielles Regiment, das einen regionalen Bezug zu, ja, also unserer Region hat, also dem Südwesten von Deutschland. Und die eine, naja, doch ganz spannende Reise hinter sich dann gebracht haben. Ja, das war ein... Möglichst Spoilerfrei. Ja, das war wirklich, also Spoilerfrei, das ist wichtig. Ich fand die 97 sehr, sehr spannend, die Flo da erzählte. Und ja, ich empfehle deswegen allen ZuhörerInnen, die es noch nicht getan haben, hört mal rein. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Zum Glück hört man nicht, wenn man rot wird auf dem Mikrofon. Ja, ein bisschen hört man es. Ganz ein bisschen. Ganz interessant ist übrigens, dass es in gewisser Hinsicht einen ganz zarten, ich sag jetzt mal, eine zarte geografische Verbindung zu, tatsächlich zur 97 gibt in der heutigen Folge. Aber nur ganz zart. Dann spoilern wir ja. Nein, nein, die ist so zart, die Verbindung, dass das eigentlich kein Spoiler ist. Meinst du etwa die Welt? Die Welt, genau. Es geht um einen Ort auf der Welt, Kugel. Nee, 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 wir machen es mal ganz anders. Lasst uns doch mal einen Blick, also ihr wisst doch, ich bin ein Meister der Überleitungen, der Stunden meiner Überleitungen. Moment, ich bin der Dieter Thomas Heck. Eben, er ist der Thomas Dieter und so. Ich bin der Lanz, Markus, oder warte mal, wer ist ein Überleiter? Keine Ahnung. Naja, Lanz ist eher der Unterbrecher, also. Gut, dann fällt uns noch jemand ein, der überleitet. Keine Ahnung, wenn ich Dieter Thomas Heck bin, von mir aus bist du dann Karl Friedrich Bug oder sowas. Das, äh. Ja, okay, das war jetzt, das war ein schwacher Witz meinerseits. Warte mal, gibt's den wirklich? Nein. Hast du, was, was? Hast du gerade gerafft? Nein. Ja, sorry, ich weiß, das war ein T-Witz. Okay, ja, Aua. Soll ich das googeln, oder was? Ja, was hat ein Schiff? Ein Schiff hat ein Heck und einen Bug, oder? Komm, bitte zwing mich nicht, ihn zu erklären. Das macht es noch peinlicher, als es schon ist. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Ach so. Ach, toll. Echt? So, mehr war es nicht? Nee. Oh nein. Ist das schlecht? Okay, gut. Ich weiß, der war unter eurem Niveau. Entschuldigung, ich senke mein Haupt in Schande. Ja, die Limbo-Stange hängt tief, ja. Naja, macht nix, macht nix. Ich mache einfach weiter. Übergeben wir das Ganze. Also, zu meinem heutigen Thema. Lasst uns doch mal kurz einen Blick werfen in ein Land, das grob 3000 Kilometer von uns entfernt ist. Also so grob, ne? Also plus China. Ist weiter, oder? China ist weiter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Google-Fragen. Es müssten da mindestens sechs sein. Eben, eben. China ist weiter, glaube ich. Kanada. Hä? Ist doch noch, ist doch auch weiter. Das ist doch in etwa dasselbe. Naja, also auf jeden Fall. Also ich meine insofern nicht ganz falsch. Man muss schon eine ganze Weile mit dem Schiff übersetzen. Und nachdem man eine ganze Zeit lang mit dem Schiff in dieses Land fuhr, befindet man sich dann im äußersten Nordwesten Europas. Also gar nicht so weit weg, wie du jetzt schon drauf hast. Du, mein lieber Karol, ich bin gerade auf Google Maps und in den äußersten Nordwesten, das ist nicht 3000 Kilometer. Das sind höchstens, also wenn man jetzt nach Nordwesten geht, Island, das sind 2,4 oder 2,5 Kilometer. Also bitte schön. Ja, stopp, stopp. Wenn man nach Osten, wenn man nach Osten fährt vielleicht oder Nord nach Westen fährt, aber wenn man die andere Richtung nimmt, dann kann es halt schon länger werden. Äh, ja. Du hast es schon vorweggenommen. In diesem Land gibt es zum Beispiel eine Menge Gletscher und auch viele Lava, Wüsten und angeblich ziemlich viele Trolle und Elfen. Trolle, das kann ich auch. Ja, das sind andere Trolle und Bots, die mitunter dafür sorgen können, dass infrastrukturelle Bauvorhaben, also beispielsweise Straßenbau oder so, komplett geändert oder umgeplant werden deswegen. Also du warst schon ganz richtig, wir sind in Island und zwar begeben wir uns jetzt mal ins schöne Reykjavik, die Hauptstadt des Landes. Und dort gab es einen höchst interessanten Mann, der sich eigentlich sein ganzes Leben mit Musik beschäftigt hat, den Komponisten, vielleicht ist er euch sogar ein Begriff, ich bin gespannt, ob es da eine Reaktion von euch geben könnte dazu, den Komponisten Johann Johanns Sohn. Stille. Gut, sagt euch nichts, ne? Nö. Das ist gut, das ist gut. Also der Johann, nee, jetzt nicht googeln, ich höre hier gerade klicken oder so, nicht googeln. Meine Hände sind erhoben, ich war es nicht, ich war es nicht. Ja, es war mein, es war mein. Johann Johanns Sohn wurde übrigens später recht berühmt für die Kompositionen verschiedener Filmmusiken, zum Beispiel Caesareo, Arrival, Prisoners und vielen mehr. Oh, da kenne ich ihn. Eben, ich denke auch, ja, also das ist, sein Stil ist vielleicht typisch für die kalte und mystische Region da, aus der er kam, stets schwer und düster und echt tief traurig. Und seit Jahren verfolge ich mit Spannung seine Veröffentlichung. Also er hat ja vorher, bevor er solche Filmmusiken komponierte, einfach ganz klassische Alben rausgebracht mit verschiedensten experimentellen Versuchen. Und das sind immer stets wundervolle und atmosphärische und extrem dichte Stücke auf diesen Alben. Und so veröffentlicht er beispielsweise 2006, das ist ganz spannend, da bin ich bis heute Feuer und Flamme für dieses Album, das Album IBM 1401, A User's Manual. Wenn man kurz so lauscht und denkt, IBM, okay, das hat doch vielleicht was mit Computern zu tun, das ist tatsächlich so. Dieses Album beispielsweise, das auf einer Melodie basiert, die auf dem Lochkarten basierten Großrechner IBM 1401 in den 60ern programmiert wurde. Der fand irgendwie, weil sein Vater wohl für IBM arbeitet dort in Island, irgend so eine, wie nennt man das denn, so ein Speichermedium und hat sich das angehört und hat das als Grundlage für dieses Album genommen. Und ich finde, das ist beispielsweise echt ein Meisterwerk geworden, denn es zeigt auf ganz wundervolle Weise, wie Mensch und Computer zu einem höchst emotionalen Substrat verschmelzen. Also wenn ihr irgendwie die klassischen Streaming-Dienste zur Hand habt, wie Spotify und Co., ich würde gern was abspielen, aber ich will es aus GEMA-Gründen nicht, dann gebt das mal ein und sucht das mal, das ist echt toll, sehr, sehr toll. Also, ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich dem Letzten etwas erfahren habe über das bekannteste, oder einer der bekanntesten Stücke von Karl-Heinz Stockhausen. Kennst du den? Nee. Ist angeblich, ich kannte ihn vorher auch nicht, einer der bekanntesten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und das ist ein sehr besonderes Stück. Also ich meine, es gibt dieses Stück, das heißt 4,33, das besteht ja aus 4,33 Minuten, also 4 Minuten 33 Sekunden aus Stille. Auch das einzige Stück, was von einer Katze nachgespielt worden ist, weil die Katze 4 Minuten 33 ruhig war. Nein, das ist das Helikopter-Streichquartett. Und ja, es besteht aus 4 Hubschraubern, aus 4 Fernsehübertragungsgeräten, 4x3 Tonbandübertragungsgeräte, einem Hörsaal mit 4 Fernsehgeräten und Lautsprechanlage, einem Tontechniker mit Mischpult und einem Moderator. Das ist die Ausstattung, die du für dieses Stück brauchst. Okay. Und wie klingt das? Da habe ich keine Ahnung. Ach, du hast es noch nicht gehört. Wie ein Flughafen. Ja, also man kann schon, okay, ich muss dazu sagen, also der Johansson war mitunter experimentell, aber er hat immer auf beispielsweise Streicher oder diverse klassische Instrumente zurückgegriffen und hat die dann verwoben eben mit derlei modernen Elementen, möchte ich sagen. Also das mal vielleicht so als kurze Einleitung. Ich verlinke vielleicht einfach mal in den Shownotes so ein paar Alben auf Spotify und wer auf Spotify ist, obwohl ich kein Spotify-Fan bin, aber das wäre jetzt der einfachste Weg. Der möge sich das mal anhören und gerne mal in die Kommentare auf Slack, Twitter, wie auch immer, mal so an uns weitergeben, was ihr davon haltet. Übrigens, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich sagte vorhin, es gab einen Mann in Reykjavik, gab deswegen, leider ist Johansson vor zweieinhalb Jahren, also Anfang 2018 recht jung, mit 49 Jahren verstorben, was ich sehr traurig finde, aber naja, so ist das Leben. Aber warum erzähle ich euch das Ganze? Ihr kennt mich ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war ja wirklich nur die Vorgeschichte und hat eigentlich kaum was mit dem heutigen Thema zu tun. Es ist eher so mein Einstieg, ihr wisst, ich werde euch noch erklären, warum. Denn ursächlich hat natürlich dieser isländische Komponist nichts mit einem der reichsten Männer der Welt und dem Autotycoon Henry Ford zu tun. Das war jetzt ein 180. 180? Ja, also auf der Stelle umgedreht und irgendwann war sie plötzlich ganz woanders. Ja, das ist, ja, 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 ja. Also, die beiden haben nichts miteinander zu tun, aber ich möchte heute schon des Öfteren mal über Henry Ford sprechen. Die Person, die zunächst sehr von uns offensichtlich, würde ich mal denken, mit der Automarke Ford verbindet. Im nächsten Schritt fällt einem vielleicht der markige Spruch ein, wer nicht wirbt, stirbt. Ja, mit Ford, Ford, mit der Bahn zurück. Oder das Mantra, suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Oder die Tatsache, dass er ein ziemlicher Judenhasser war. Vielen Dank, du greifst vor, exakt so. Sorry. Ja, aber dieser Satz beispielsweise, suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen, ist ein Satz, der uns im Verlauf meines Themas heute durchaus noch ein wenig, wie soll ich sagen, verwirren wird. Weil offensichtlich hat er sich nicht daran gehalten. Wer sich ein wenig für die Autoindustrie oder Henry Ford interessiert, der weiß gewiss auch, dass es ja Ford war, der die industrielle Fertigung von Fahrzeugen gewissermaßen revolutioniert hat. Indem er im Jahr 1913 die Fließbandproduktion einführte und Stück für Stück perfektioniert hat. Die Ford Fabric, Fabric vor allem, ja, die Ford Fabric, ich wollte nochmal, dass ihr auch wisst, dass ich US-amerikanisches Englisch kann. Ford Fabric in Detroit war das strahlende Zentrum der US-amerikanischen Autoindustrie. Weniger geläufig ist vielen, dass genau dieser Automobilpionier, nämlich, wie es Flo schon sagt, ein strammer Antisemit war, der gern auch anti-jüdische Artikel und diverse Bücher und Verschwörungstheorien veröffentlichte. Über den Klassiker des Weltjugendtums bis hin zu Freimaurer Verschwörungen öffentlich hat er darum geschwurbelt wie ein Verrückter. Blöd nur übrigens, dass Henry Ford selbst über 50 Jahre Mitglied einer Freimaurer-Loge war, aber seine Publikationen fielen jedoch in den 20er Jahren bei dafür empfänglichen Menschen auf fruchtbaren Boden. Hitler betrachtete Ford als seine Inspiration, Zitat, und Himmler nannte Ford einen der wertvollsten, gewichtigsten und geistreichsten Vorkämpfer. Ja, das ist doch mal ein Prädikat. Das ist doch mal, ne? Reichsjugendführer von Chirach erklärte, dass erst Henry Furt's Buch, der internationale Jude, ihn zu einem Antisemiten machte. Naja, da kann man jetzt gewiss streiten, das sag ich jetzt mal als Professor Dr. Mete Wurst, Küchentüch-Psychologe, ob Antisemitismus und der Hang hin zu rassistischen Denkweisen nicht vielleicht doch tiefer angelegt ist. Aber das ist auch heute nicht unser Thema, aber es sollte natürlich erwähnt sein, wenn wir über Henry Ford sprechen. Denn heute soll, abgesehen von diesem antisemitischen Scheiß, Thema sein, die Visionen von Henry Ford. Und ganz konkret ein spezieller Plan, der eigentlich echt Knurke war. Also, Karol, zwei Fragen. Also erstens, wie häufig wechselst du heute noch das Thema? Nein, nein, das war ja nur ein kleiner Einschub, weil wenn wir über Henry Ford sprechen, dann sollten wir auch darüber sprechen, dass er ein wirklich starker Antisemitismus war. Ja, ja, ich habe trotzdem schon Lackenprobleme von mir hin und her gucken. Ja, ja, also, ich bin zuerst Island, ah, heute irgendwas über Island und so, weg sind wir. Dann über den Antisemitismus von Ford. Ich habe jetzt irgendwie den Verdacht, wir landen gleich irgendwo in Südamerika. Ja. Aber ich habe mal eine zweite Frage. Hast du über den Gag nachgedacht, Ford als Gast einzuladen, nur damit er kurz Hallo sagt? Das wäre natürlich ganz witzig, ne? Ja, stimmt. Also vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht ganz verstanden, das ist fast ein Insider. Ich mache noch einen anderen Podcast mit meinem Mit-Podcaster und der heißt Ford Fischer. Aber, naja, ich weiß nicht, ob er sich gerne da bei dem Thema Antisemitismus mit einklingt. Bin mir die sicher. Ja. Ich stelle mir den gerade vor, wie der an der Mosel steht und versucht irgendwie da reingerutschte Escorts oder sowas rauszuziehen. Und wie viel hast du heute schon gefangen? Zwei Escorts und einen Traveen-Fura. Ein Ford Fischer, ja. Aber bei Henry Ford hingegen, da läuft es, ne? Also die Fließbänder, also die fließen eher. Es werden Autos en masse gebaut. Das Ford-Imperium wächst fein. Es braucht aber zum Bau eines Automobiles natürlich viele Zutaten. Also Stahl gab es, Arbeiter sowieso. Strom ist natürlich auch nötig und Geld. Das war dann auch in rauen Mengen da. Ja, unverzichtbar ist aber eben auch Gummi, also ganz konkret Kautschuk, den man unter Druck und Hitze dann vulkanisiert. Und dann hat der Fahrzeughersteller Gummi, den er unbedingt dringend braucht. Wofür ist klar? Insbesondere eben für Reifen. Ja, weil wenn du ein Auto brauchst, brauchst du auch Reifen. Und Ende der 1920er Jahre lag die Reifenproduktion bei immerhin rund 50 Millionen Stück pro Jahr. Also schon eine ganze Menge. Und Gummi braucht man dann neben den Reifen auch für diverse Kleinteile, Ventile, Dichtungen etc. Es ist also klar, der Bedarf ist wirklich immens. Problem war nur, nicht nur für Henry Ford, aber da wir nun über Henry Ford und seine Visionen sprechen, dass der größte Kautschukproduzent in dieser Zeit die Vereinigten Königreiche war. Diesen Umstand hatten die Briten einem Mann zu verdanken, nämlich Henry, nicht Ford, sondern Wickham. Henry Alexander Wickham war ein, naja, wie sagst du mal, so ein Weltenbummler, also quasi ein Hanswurst in allen Gassen, um es etwas selber auszudrücken. Wurde jedoch später sogar als Naturforscher betitelt und sogar zum Ritter geschlagen. Warum erklärt man aber einen Tausendsasser wie Wickham zum Knight of Bachelor? Na ganz klar, also es geht am Ende um Kohle, Geld, Kies, Schotter, Money, Macht. Was sonst? Bedeutet konkret, dank Henry Alexander Wickham waren die Briten weltführende Kautschukherstellung, denn Wickham schmuggelte im Jahr 1876 eine halbe Tonne Kautschuk-Samen von Brasilien nach London, indem er die etwa 70.000 Samen als Orchideen-Samen ausgab, fälschlicherweise. Also gewissermaßen Schmuggel, weil Brasilien hierfür ein Exportverbot erließ. Denn zu diesem Zeitpunkt war Brasilien das Land, in dem generell nur Dutt, Kautschuk oder der sogenannte Gummibaum angebaut wurde. Also Brasilien war quasi Monopolist, was artexhaltige Bäume anging. Und nachdem die Fracht von Wickham in London dann in Gewächshäusern aufgezogen wurde, nahmen die Briten die Setzlinge und schipperten sie in ihre Kolonien, da wo es natürlich warm ist und wo das alles ganz gut passt, also Südostasien, um etwa zwei Jahrzehnte später, also Anfang des 20. Jahrhunderts, damit 90 Prozent des weltweiten Kautschukbedarfs zu decken. Schön für UK, prima für Malaysia, aber dumm gelaufen für Brasilien, würde ich sagen. Man konnte zusehen, wie das Latexgeschäft in Brasilien bröckelte und deren Produktion im Amazonas-Regenwald zum Stillstand kam. Das eine Erfolg ist halt des anderen Absturz. So, das war jetzt noch ein kleiner Einschub. Nach dieser kleinen Spritztour nach England und Malaysia düsen wir mal weiter oder wieder zurück zum Antisemiten-Henry, um mal im Jargon zu bleiben. Wir düsen, habt ihr verstanden? Okay. Jetzt bitte. Olli. Danke. Henry brauchte also Gummi und wollte nicht vom britischen, wollte und konnte eigentlich auch nicht vom britischen Kautschuk-Monopol abhängig sein. Immerhin erhöhten nämlich die die Preise für Kautschuk, ja, wann es immer noch ging. Also immer mehr. Aber Mr. Furt wäre ja nicht Mr. Furt, wenn da nicht eine Idee in seinem Hirn köchelte, dass er Geld sparen und unabhängig von den Engländern agieren will. Getreu seinem Motto, es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Solche Kalendersprüche werde ich heute noch ein bisschen einweben. Also machte er das, was reiche Menschen eben so tun. Er nimmt eine Menge Geld in die Hand und wirft es irgendwo hin, auf das daraus einer Subidee wüchse. Also, was wächst außer dem Vermögen und dem Antisemitismus von Henry Ford? Und genau, Bäume, eigentlich ziemlich einfach. Und manchmal sind ja diese einfachen Lösungen die besten und vor allem besser als komplizierte. Der Automagnat überlegte sich also einfach selbst Kautschukbäume zu pflanzen und damit von irgendwelchen auch noch britischen Zulieferern unabhängig zu sein. Allerdings benötigt der Sifonia Brasiliensis, so die exakte botanische Bezeichnung dieses begehrten Gewächses, schon bestimmte klimatische Bedingungen. Um ordentlich gedeihen zu können, sodass man nach etwa fünf bis sechs Jahren den Milchsaft nach einem Zapfschnitt, ich sag mal passend zum Wort Milch, melken kann. Und ja, dann überlegt man natürlich so, in Nordamerika wäre also der Kautschuk eher nicht so. Nee, das ist irgendwie nicht realisierbar, Kautschuk-Brettagen da. Also gucken wir in anderen Regionen, was kommt da noch so in Frage? Afrika vielleicht? Kolumbien. Ja, genau. Man guckt so rum, es gibt so hier und da was, aber wir dürfen nicht vergessen, Henry Ford war eben nun mal doch auch Rassist oder vielleicht war das auch irgendwie damals zeitgemäß und das war jeder Rassist, aber die Afrikaner und so und Produktion und das ist ja alles, kann ja nicht sein. Am Ende entschied sich Henry Ford ganz, ganz einfach, warum eigentlich nicht, für das Ursprungsland des Gewächses, also für Brasilien. Die Idee war also so brillant wie pragmatisch, ey, ich mache mir meine eigene Kautschuk auf meine eigenen Plantagen, äh, zack, fertig. Ich meine, hey, der Typ hatte nicht nur Fabriken, die wie ein U-Werk funktionierten, Furt besaß eigene Eisen- und Kohlegruben, der hatte eigene Kraftwerke, die weltweit größte Stahlgießerei und sogar ein Tiefwasserhafen, also konnte eine Kautschukplantage nicht das Problem sein. Ergo schickte er einen Mitarbeiter aus seinem Sicherheitsstab in die Repubblica dos Estados Unidos do Brasil. Eben, Jena, ein gewisser Willis Blakely, machte einen super Deal. An einem Nebenfluss des Amazonas im Bundesstaat Parra gibt es was zu holen. Also shoppt Blakely dort eine Fläche, die etwa halb so groß ist wie die von McPom, für einen Spottpreis von 125.000 Dollar, hatte dann also Furt etwa 10.400 Quadratkilometer Spielwiese zur Verfügung. Henry Furt bzw. die Firma Furt durfte nicht nur Kautschuk anbauen, sondern auch andere Rohstoffe wie Öl oder Holz abbauen und in die USA verschiffen, steuerfrei, versteht sich. Und als Gegenleistung sollten die Amis den Regenwald unter Kontrolle bringen und zivilisieren. Das Gebiet schien für Henry Furt's Pläne ideal. Die Gummibäume würden prächtig im Boden des Urwalds gedeihen. Über den erwähnten Nebenfluss Tapajos und dann über den Amazonas konnten Rohstoffe, Produkte und Maschinen bis nach Sao Paulo, wo Furt bereits eine Autofabrik aufbaute, um bis in die USA verschifft werden. Das war also der Beginn eines der meines Erachtens nach größten, wahnsinnigsten und absonderlichsten industriellen Vorhaben der Neuzeit. Henry Furt beschloss also eine Miniaturfabrik Stadt, wie aus dem Mittleren Westen der USA zu schnitzen. Sie wurde ganz bescheiden Fortlandia getauft und selbstredend sollte direkt neben der Stadt die, wie könnte es anders sein, größte Kautschukplantage der Welt entstehen. Habt ihr schon mal von Fortlandia gehört? Ja. Also den Namen nicht, aber dass er da unten die Plattage hatte, das hatte ich schon mal gehört. Okay. Verdammt. Warst du nicht, Elias? Du bist ahnungslos. Das ist doch schön. Das ist doch fein. Ich bin der Ahnungslose in der Runde. 1928 begann er mit der Erschließung des Gebietes. Der Dschungel wird also gerodet, ein riesiger Lastkahn, Dampfer legt alsbald an und bringt Planierraupen, Traktoren, Stubbenzieher, eine Ramme, Eismaschinen, eine Lokomotive nebst Anhängern und ein paar Fertighäuser noch. Und die Arbeiter begannen mit dem Bau einer Fabrikhalle zur Kautschukverarbeitung, während die Beseiterung der umliegenden Regenwaldvegetation voranschritt. In den ersten Monaten wurden Dutzende von Furt-Mitarbeitern auf das Gelände umgesiedelt und es entstand inmitten der Dschungelwildnis ein winziges Stück United States of America. Gewissermaßen eine Apple-Pie-Gemeinde wie aus dem Bilderbuch. Es gab ein Kraftwerk, ein modernes Krankenhaus, ein 18-Loch-Golfplatz, übrigens, wenn ich mich nicht täusche, der einzige im gesamten Amazonas, eine Bibliothek, ein Hotel und selbstverständlich eine Menge feiner, typisch amerikanischer Clipboard-Häuser. Also, ihr kennt das so aus den Filmen, diese weißen Holzschindelhäuser mit schicken Terrassen davor und auf diesen Terrassen stehen dann schöne Terrassenmöbel aus Koopweide. Achso, ja. Ich dachte, du sagst ja schöne Frauen, die den Männern zuwinken, wenn sie von Arbeit nach Hause kommen. Siehst du, ich dachte Schaukelstühle, wie verschieden wir doch sind. Ja, 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 da macht sich was. Achso, für die künftigen einheimischen Arbeiter war natürlich auch gesorgt, etwas weiter weg vom Stadtzentrum, ich mache gerade so in die Luft, Anführungszeichen, gab es äußerst komfortable Haciendas. Nee, war natürlich ein Spaß. Die Arbeiter durften sich in fensterlosen Baracken ohne WC verlustieren oder gleich ganz draußen in Hängematten schlafen. Die, in Anführungszeichen, richtige Bevölkerung in der Stadt, also der Furt Angestellten, wuchs an und so kamen die alltäglichen Dinge hinzu, die man so aus der Heimat kannte und brauchte. Also, diverse Geschäfte wie zum Beispiel Bäckereien, Metzger, Schuhmacher, Schneider und selbstredend Restaurants. Die Stadt blühte auf, auf den guten Straßen rollten natürlich auch Autos. Ist ja klar, welches Fabrikat. Opel. Ja, natürlich, nur Ford. Und zwar eine ganze Menge von diesem Model T. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass, sagt euch, Model T war es? Vor zwei Wochen. Echt? Vor zwei Wochen hat einer bei uns am Museum geparkt und da war tatsächlich bei uns ein Typ zu Besuch, der mit dem Teil vorgefahren ist. Der war den Wahnsinn. Göttlich. Also ich glaube, mir war er bekannt aus solchen Schwarz-Weiß-Stumm-Filmen. Lauderdale Hardy zum Beispiel, da gucken die ständig rum, diese Dinger oder dick und doof, wie sie bei uns ja so abwertend benannt werden. Aber auch später so in Hollywood-Streifen war das Ding halt irgendwie immer zu sehen. So. Und rollte da durchs Bild. Das Auto Model T wurde übrigens auch Tin Lizzy genannt. Ganz liebevoll. Der amerikanische Volksmund weiß, wie es geht. Und Tin Lizzy war auch das meistverkaufte Automobil der Welt. Bis 1927 wurden davon beachtliche 15 Millionen Stück gebaut. Spannend auch, neben auf der Plattform des Model T basierenden LKWs, die hießen dann Model TT, wurden auch Panzerwagen gebaut. Ja, also das war der Ford TF-C, also TFC. Ja, ich dachte, das wären dann die TTTs. T-T-T-T-T-T-T. Entworfen und gebaut wurde er allerdings, das muss man dazu sagen, 1918 in Polen, dieser Panzerwagen. Die Polen haben sich so ein Fahrgestell von diesem Model T genommen und haben dann einfach alte deutsche Grabenschilder genommen und eine Panzerung drumherum gebaut daraus. Und immerhin gab es davon 17 Stück, die dann auch im Einsatz waren, und zwar von 1919 bis 1921 im polnisch-sowjetischen Krieg. So, das mal kurz ein Exkurs zum Model T oder T. Wir machen mal weiter mit dem Herrn Furt und seinen Visionen. Also, erinnert euch noch an den Typen, der von Furt beauftragt wurde, nach Baselien zu gehen und da dieses Grundschlussgeschäft abzuwickeln. Und dieser Mr. Blakely war auch der zuständige Manager für das Vorhaben Furtlandia. Der Typ schien der Aufgabe allerdings nur bedingt gewachsen zu sein. Er fällte, im wahrsten Sinn des Wortes, mitunter ziemlich desaströse Entscheidungen, während er gechillt, zigarisch mauchend auf seiner Veranda saß und ein Glas Whisky oder so nach dem anderen schlürfte. Zum Beispiel, gerade als die Regenzeit begann, gab Blakely Befehl, weitere Teile des Dschungels zu roden, um Platz für die Kautschuk-Setzlinge zu schaffen, also für die Plantage. Das war allerdings eine unkluge Entscheidung. Regenzeit. Die Segen der Amis waren für dieses Dschungelholz erstens mal nicht gemacht, und zudem steckten die Baumfäller auch fett im Morast fest und waren somit ziemlich unproduktiv. Aber dann hatte Blakely eine grandiose Idee. Er ließ die Bäume mit Unmengen von Kerosin einfach abfackeln. Das können Amis. Das, nicht nur die. Bäume mit irgendwas abfackeln, das können sie. Ja, der Regenwald und abfackeln. Das sehen wir heute noch Tradition. Eben, das hat ja bis heute noch. Ich glaube, die nehmen kein Kerosin mehr. Ja, die sind jetzt umweltfreundlicher geworden, Greenwashing und so. Genau. Also anwesende sprachen von einer Feuerbrunst, die einem höllischen Inferno glich. Hunderte Hektar Bäume waren dann zwar tatsächlich weg, fruchtbarer Boden für die Gummibäume allerdings auch. Das bemerkte man allerdings erst in einer gewissen Zeit. Ist aber interessant, weil, was ich mir gerade dachte, was ich noch sagen wollte, aber dann gelassen habe, ist, es ist ja eigentlich die typische Anbauart im Regenwald. Also Wanderhackfeldbau, dass du ein Gelände klein haust alles, dann liegt es auf dem Boden, das zündest du an. Und die Asche wird dann der Dünger für das, was du anbaust. Ja, da siehst du aber, das passiert, wenn halt ein Greenhorn aus Amerika da runterkommt und kennt sich mit den lokalen Gegebenheiten nicht aus und denkt sich, wir machen das ganz industriell. Ja. Kipp einfach genug drüber, bis es schwimmt und zündest an. Ja, ja, ja. Das soll schon schiefgehen. Tja, also klar, also da sollte dann partout auch irgendwie nichts mehr wachsen. Die Stimmung war daher natürlich im Keller, auch weil sich nun rächte, dass es keine für die einheimischen Arbeiter, beziehungsweise kaum für die Furtianer, sanitären Einrichtungen gab. Der Müll lag auf dem Boden, alles war mit Fliegen übersät. Und das dauerte nicht lange, da waren dann schon bis zu 30 Männer an Malaria erkrankt und die Zustände wurden immer schauriger. Mr. Blickle durfte dann die Koffer packen und wurde ersetzt. Aber diese, nennen wir es mal, Inkompetenz und daraus hervorgegangenen Probleme hielten Henry Furt nicht auf. Vermutlich brabbelte er, während er in Michigan saß, motiviert einen typischen Furt-Zitat, Klassiker vor sich her, ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit, schlauer von Neuem zu beginnen. Kalendersprüche, war geil. Der Typ hat wahrscheinlich Glückskeks auch noch produziert. Er hat Glückskeks gebacken. War je in der Fresse, echt. Furt propagierte weiterhin Furtlandia als zivilisatorisches Experiment und einen Kompromiss aus Industrie und Landwirtschaft. US-amerikanische wie auch brasilianische Gazetten huldigten Furt's Versuche, das arme Brasilien mit Technik und Wohlstand zu erlösen. Furt war wie Moses oder der Jesus Christus der Industrie. Es dauerte eine Zeit, bis brasilianische Medien begannen. Als Juden übrigens. Sorry. Vielleicht haben sie das absichtlich gewählt, diese Titulierung, und sich dann ins Fäustchen gelacht. Das wäre schon böse Satire, finde ich. Es brauchte noch eine gewisse Zeit, bis dann die brasilianischen Medien begannen, Furtlandia mit Skepsis zu betrachten und fortzuwerfen, alles zu plündern, ohne einen müden Cent dafür zu bezahlen. Doch ungebrochen zog das Miniatur-Amerika tausende brasilianische Arbeiter an. Zu tun gab es dort weiterhin genug, und Sao Fort, der heilige Fort, und zahlte einen vergleichsweise hohen Lohn. Das waren etwa 37 Cent den Tag. Das war etwa das Doppelte, das die Arbeiter in Brasilien für übliche, ähnliche Arbeiten bekommen haben. Aber das half alles nichts. Viele der Arbeiter hatten nach kurzer Zeit die Schnauze voll und hauten wieder ab. Inzwischen trat eine recht hohe Sterblichkeit ein. Ob schon es ja das gut ausgestattete Krankenhaus gab, übrigens kostenlos für alle, die da arbeiteten, starben für alle, die da arbeiteten. Als auch für die Brasilianer. Ja, 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 ja. Ja, ja, ist das so einfach? Kommunist? Das ist, äh, ja, gehörte mit dazu. Und das, obwohl, wie gesagt, dieses Krankenhaus da war, starben Kinder an Fieber, eine Menge Arbeiter an Schlangenbissen. Und sukzessive füllte sich der Friedhof, den es da auch gab, von Furtlandia. Und es waren dann mittlerweile so an die 300 Menschen schon begraben. Allen Versuchen zum Trotz, die amerikanische Zivilisation im Regenwald zu etablieren, gab es weiterhin diese Probleme. Und so entschied man sich, oder vielleicht war es auch Henry Ford persönlich, dass man jetzt irgendwie penible Vorschriften einführen müsse. Das ging los, dass dann eben den brasilianischen Frauen vorgeschrieben wurde, wie und wo sie ihre Wäsche aufzuhängen hätten. Dann wurden auch noch Stechurne eingeführt. Alkohol war verboten. Gesunder Lebensstil in Furtlandia war für alle Brasilianer quasi verpflichtend. Die Zentrale in Michigan verordnete auch den ArbeiterInnen, gesundes Mittagessen in Form von Vollkornbrot und Naturreis zu kredenzen. Und für die Brasilianer war das eine ziemlich komische Angelegenheit, weil geregelter Schichtdienst waren die nicht gewohnt, was ganz insbesondere mit deren klimatischen Gewohnheiten und mit den dortigen klimatischen Bedingungen zu tun hatte. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Also statt einer 9-to-5-Schicht nachzugehen, arbeiten die natürlich vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang und nicht in der prallen Sonne fest von früh bis abends. Aber stattdessen mussten sie also genau das tun und unzählige Gummibaumsetzlinge pflanzen und pflegen, sich fein brav auslochen und dann, wenn sie wieder zur Arbeit gehen, einlochen und an sehr eigenartigen, also für die wahrscheinlich eigenartigen amerikanischen Kulturevents teilnehmen. Es gab dann so erquickende Dinge wie Square Dance-Veranstaltungen, Lesungen oder englische Gesangswettbewerbe. Und erstaunlich ist, dass im Schatten dieser spießigen und kleinbürgerlichen Farce, wobei erstaunlich ist es nicht, sondern eigentlich fast erwartbar, dass genau im Schatten dieser Farce alsbald schwimmende Bordelle und Bars auf dem Rio Tapajos auftauchten. Darauf warte ich die ganze Zeit. Also als du meintest, gibt es da noch diese Häuser, ich wollte fragen, und gab es auch Bordelle? Und jetzt kommen sie. Ja, das waren aber keine US-amerikanischen Bordelle, sondern das waren die bösen, bösen Brasilianer, die da plötzlich die saubere amerikanische Lebensart durcheinander bringen wollten. Ja, die Situation war natürlich jetzt für den Manager von Furtlandia und auch für Henry Ford irgendwie sehr unbefriedigend. Es wurden mittlerweile schon Schilder in Furtlandia aufgestellt, die die Arbeiter warnten, dass die Arbeiter keine kostenlose Behandlung im Krankenhaus bekommen würden, wenn sie Geschlechtskrankheiten hätten. Aber trotz der Unzufriedenheit bei den Arbeitern strömten erstaunlicherweise weitere Arbeiter gen Furtlandia. Na gut, am Ende zählt das Geld. Und das ging weiter. Es kamen dann diverse gefährliche Krankheiten mit auch den neuen hinzugekommenen Arbeitern. Und im Schnitt starb jeden Tag ein Arbeiter. Und inzwischen wuchs aber nicht nur die Unzufriedenheit, auch die Plantage wurde stetig größer. So hatte man dann schon pro 2500 Quadratmeter, also ein Viertelhektar, etwa 200 Bäume gepflanzt. Das ist eine ganze Menge. Und Monat um Monat verging. Und das Ergebnis war ernüchternd. Die Pflanzen wuchsen nicht. Sofern es Exemplare jedoch bis zur Baumreife schafften, dann wurden sie alsbald von der Blattfallkrankheit befallen, die die Bäume dahin rafften. Der stete Kampf auf allen Ebenen mehrte den Frust in der Siedlung. Malaria tat dann ihr Übriges. Und es fehlte quasi noch ein Tropfen, der das Fass zu überlaufen bringen sollte. Und der kam dann auch relativ schnell. Nach zwölf durchaus unbefriedigten Monaten, im Dezember 1930, knallte es dann mächtig, in der vollen, sowieso schon mies gelaunten Selbstbedienungskantine, Selbstbedienung in Brasilien, das ist ein totales No-Go, stand ein von Verdauungsproblemen geplagter Arbeiter auf und schrie, dass er die Bedingungen nicht länger tolerieren würde. Und wie es so ist, kollektiv und so, das geht dann ganz schnell, das schwappt dann über. Unzählige weitere schlossen sich ihm lauthals an. Und dann ging es los. Geschirr flog durch die Gegend, Tische wurden zerschlagen. Die Meute explodierte. Und dann gelte auch schon der Schlachtruf, tötet alle Amerikaner durch den Regenwald. Und die Arbeiter liefen amok und mit Macheten den Furtleuten hinterher und machten alles kurz und klein, wie es irgendwie nur ging. Das amerikanische Management flüchtete in alle möglichen Richtungen. Einige Furtmitarbeiter flüchteten mit Booten in die Mitte des Tapajosflusses und hatten der Dinge dann. Es dauerte etwa zwei Tage, dann legte sich das Ganze. Und nach drei langen Tagen traf dann das brasilianische Militär ein, um die Aufständigen da wieder irgendwie zur Raison zu bringen, die teilweise abgehauen waren oder so taten, als wären sie nicht beteiligt. Aber bevor sie das taten, also bevor sie abhauten, taten sie das nicht, ohne bis dahin nochmal Scheiben der Häuser einzuwerfen, Lastwagen umzukippen, Möbel in den Managementriegen zu zerschlagen. Also kurzum alles zerschlagen. Oder macht kaputt, was euch kaputt macht. Aber selbst dieser Rückschlag schien Furt irgendwie nicht aufzuhalten. Er machte einfach unbeirrt Furt. Es wurde repariert und aufgeräumt und fast alle Arbeiter wurden gefeuert. Die Puffs und Kneipen außerhalb Furtlandias wurden abgerissen. Straßen wurden nochmal geteert. Schule wurde gebaut, Kirchen, Friseursalon nochmal dazu. Und wieder tausende neue Arbeiter rekrutiert. Am Ende waren es mehr als 8.000 Menschen, die in dieser Dschungelstadt lebten. Und erneut wurde bei Betriebsfeiern der klassische Walzerstadt Samba gespielt. Der Situation in der Kautschukplantage half dies aber nicht. 1931 schrieb ein britischer Journalist, der Furtlandia besucht hatte, in der langen Geschichte der tropischen Landwirtschaft ist noch nie ein so riesiges Projekt auf so verschwenderische Weise umgesetzt worden, das so wenig vorzuzeigen hat. Mr. Furt's Plan ist zum Scheitern verurteilt. Okay. Fortzusetzen hat. Es waren Britte. Ist ja typisch. Entschuldigung. Aber diese düstere Vorstellung oder Darstellung war nicht übertrieben. Es konnte partout kein Gegenbeweis geliefert werden, der diese infame Unterstellung irgendwie entkräftet hätte. Ja, ich sag mal so, hätte Henry Furt mal vor der Planung einen Botaniker konsultiert, dann wäre er ruckzuck aufgeklärt worden, dass Kautschukbäume in der Wildnis aus gutem Grund nie eng beieinander stehen. Die Blattfallkrankheit, die in dieser Region vollkommen normal ist und schon immer existiert, hat so nämlich besonders einfaches Spiel. Auf so einer Plantage wie in Furtlandia, wo die Setzlinge dicht an dicht standen, wanderte der Pilz quasi ganz gechillt und dankbar und in Seelenruhe von Pflanze zu Pflanze und ließ es sich schmecken. Und Furt hatte gewissermaßen einen riesigen Brutkasten für eben jenen Pilz oder für Raupen und andere Schädlinge geschaffen. Bei wild wachsenden Gummibäumen, die deutlich weiter auseinanderstehen, ist das natürlich kein Problem, aber so eher ungünstig. Man müde sich dann zwar in aufwendiger Kleinarbeit zu retten, was ging, sammelte hunderttausende Raupen auf, säuberte die Blätter und verwandte Pestizide, aber es gelang selbst Jahre später nicht, auch nur ein Pfund Kautschuk zu ernten. Auch 1934 war Furtlandias Kautschukbäume kahl und das finanzielle Desaster damit verbrieft. Offensichtlich zutiefst von dieser Pleite verletzt, kaufte Henry Ford im selben Jahr, zwar noch einmal etwa 100 Kilometer weiter von Furtlandia entfernt, ein ca. 2500 Quadratkilometer großes Grundstück. Dieses Gebiet in der Nähe des Ortes Belterra war nicht so hügelig und deutlich flacher und vor allem nicht so sandig wie in Furtlandia. Mit Erfolg war aber auch diese Unternehmung auch nicht besonders beschert. 50 Quadratmeter Kilometer Fläche wurden mit 2 Millionen Kautschukbäumen bepflanzt, also schon deutlich weitere Abstände. Kautschukzapferhütten wurden noch mal gebaut, um nach erneuten Raupenplagen dann im Jahr 1942 einen Ausstoß von sage und schreibe 750 Tonnen Latex zu erreichen. Erneut weit unter dem angepeilten Ziel von 38.000 Tonnen. Wie dem auch sei, vielleicht hätte sich Furtzbeherrlichkeit mit der Zeit ausgezahlt. Ab 1941 gab es dann aber quasi das offizielle Aus auch von dieser Idee, denn dann begann gewissermaßen die Produktion von synthetischem Kautschuk und damit war das alles irgendwie obsolet geworden, was er sich so dachte. Die wissenschaftlichen Fortschritte waren in den USA mittlerweile schon so weit, vor allem deswegen, da sich die USA vom asiatischen Raum unabhängig, also insbesondere von Japan unabhängig machen wollten. Und so gab es die Glücklichfügung, dass man damit Polybutadien in rauen Mengen herstellen konnte. Und dann brauchte man diese Kautschuk- oder Gummibäume nicht mehr. Schön für Amerika, für Henry Ford eher nicht. Nachdem er über 20 Millionen Dollar nach Belterra, aber insbesondere nach Fortlandia gepumpt hatte, endete damit eine veritable finanzielle Eskapade für Mr. Ford. 1945 zog er sich dann mit über 80 Jahren, also echt richtig alt, vollständig aus dem Unternehmen zurück und überließ diese Investruinen seinem Sohn. Ich glaube, 1919 hat er schon den Vorsitz übernommen, namens Edsel, Edsel Ford. Und vermutlich rechnete Henrys Sohn mal kurz nach und dachte sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß schnell wieder diese Geldgräber verhökern. Und so dachte er sich, er könne ja auch noch mal schnell ein Werbevideo irgendwie produzieren lassen. Vielleicht gibt es da ja noch Interessenten, die das kaufen könnten. Ich spiele euch das mal ab. Das ist von einem von Walt Disney produzierter Werbefilm. Among the present-day pioneers of the Amazon who are lighting the way for others to follow is Henry Ford. Ford's rubber development on the Tapajos River is an enterprise of historic proportion. Here, two million acres of jungle are being converted into a highly modernized plantation capable of producing rubber on a large scale. Deep in the wilderness, this model community is self-sufficient in every detail. It has its own powerhouse, electric lighting, a telephone system, its own machine shop completely equipped with modern tools. There's a laboratory for processing rubber, an ice plant, and a fire department. There are non-profit stores and shops where food and clothing are sold to the employees. There's modern road-building equipment, and 200 miles of roads have already been constructed through the plantation. 17,000 acres of jungle have been cleared and planted. Science and skill work hand-in-hand to produce the finest rubber trees possible. Ford has scoured the far corners of the Amazon, as well as Asia, for selected stock and uses it to build his own super rubber trees. Wild rubber trees produce from three to four pounds of rubber annually, but cultivated trees double and triple this amount, and their yield increases as the trees grow older. In processing the latex, the rubber is reduced to convenient forms, which facilitate handling and save shipping space. Scientific care, the watchword of the plantation, is extended to the human element, too. Consistent with this policy, the 5,000 inhabitants are provided with every means of making life in the jungle healthy, happy, and comfortable. The workers' houses are clean and airy and offer a pleasant environment with modern conveniences. Families living on the plantation are highly appreciative of the advantages offered. Their children are given every opportunity to develop into healthy, happy individuals. There are seven modern schools scattered through the plantation with a total enrollment of 1,200 children. Children of the big city may well envy these youngsters who, in a healthy, rural setting, are taught the three R's as well as physical culture and hygiene. There's a day nursery, too, for the younger children whose mothers wish to work. Here, the youngsters are given the very best of care, including scientifically balanced meals. The best is none too good, for these are the future conquerors of the Amazon. The company hospital, with the best of modern equipment and excellently staffed, provides free medical aid for the employees. Recreation is a prime essential in maintaining good health. Lively games serve a double purpose by relieving monotony, too. Later, an outdoor luncheon is served, followed by tempting delicacies. Then comes the afternoon round of golf, played on the plantation links against a beautiful jungle backdrop. Today, the Ford Plantation is a successful enterprise, a tribute to skill and science, the new weapons of the 20th century pioneer. The Amazon Awakens hieß dieser wundervolle, grundehrliche Werbevideofilm von Walt Disney. Kurze Frage. Das war, um das zu verkaufen, ein Werbevideo? Ja, also sie haben einfach nochmal, obwohl klar war, dass das Ding auserzählt ist und eigentlich im Eimer ist, tatsächlich nochmal dieses Video produziert. Ich glaube, 41 war das oder so. Also es war jedem klar, dass das vollkommener Käse ist. Aber man, ja gut, man wollte es nochmal probieren. Ich meine, Disney ist ja bekannt für seine guten Filme, vielleicht. Aber was, bin ich froh, dass Werbevideos mittlerweile kürzer sind. Ja, ja, ja. Ja gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Luxus-Apartment oder sowas kaufen willst, kriegst du auch so ein Bullshit da verkauft. Irgendwie anteilig, irgendwie an einer neu zu bauenden Wohnanlage oder sowas, da kriegst du auch solche Mock-Up. Ja, genau. Da kriegst du so Mock-Up-Videos, die sind völliger Mumpitz. Ja. Aber, äh, hat am Ende alles, hat am Ende alles nicht geholfen. Vielleicht nochmal, auf den heutigen Wert umgerechnet, hat Henry Ford knapp eine Milliarde Dollar verbrannt. Ach, pass. Nix. Er hat alles nicht geholfen. Er verstarb noch, der Ätzel, also der Sohn, bevor das überhaupt verkauft werden konnte. Jetzt weniger an, an, an Sorgen, weil er das nicht losbekam, sondern weil er Magenkrebs hatte. So übernahm dann der Sohn von Ätzel das Geschäft. Das war in diesem Falle, äh, Furt's Enkel also. Äh, äh, der hieß, äh, Henry Ford, der Zweite. Und der musste sich dann auch noch mit diesem Pleitegeländen herumschlagen und verklingelte diese beiden, äh, Experimentgrundstücke, Velterra und Furtlandia, schließlich für leppische 244.200 Dollar an die brasilianische Regierung zurück. Angeblich soll genau, exakt in dieser Höhe, äh, soll es noch offene Forderungen oder Abschlagszahlungen an die brasilianischen Arbeiter gegeben haben. Das, äh, erklärt vielleicht diesen krummen Betrag. Äh, vielleicht noch, wie es dann weiterging. Und zwar war auch Brasilien dann etwas ratlos, was es mit den Grundstücken machen sollte. Äh, gleichwohl sorgten sie zunächst ein paar Jahre dafür, dass die ganzen Häuser, Hallen und Einrichtungen instand gehalten wurden. Äh, eine weitere sinnvolle Verwendungsmöglichkeit tat sich aber irgendwie nie auf, bis auf einen kurzzeitigen Versuch, in Velterra Kondome und OP-Handschuhe herzustellen. Aber das war dann auch schnell wieder vorbei. Ja, und nun thront dort Furtlandia weitestgehend sinnlos im Dschungel rum. Teilweise von Hausbesetzern bewohnt, schon seit vielen Jahren, die dann eben jetzt so Feldfrüchte anbauen und ähnliches. Und natürlich kommen in unregelmäßigen Abständen Touristentouren in Furtlandia vorbei. Übrigens, wenn das irgendwann wieder möglich ist, steht das bei mir auch nochmal auf dem Plan, weil es gibt, wenn ihr auf YouTube guckt, ganz interessante Drohnen-Videos aus dem Jahr 2018 noch, da sieht man, wie gut erhalten das alles noch ist. Also das ist echt, echt krass. Naja, und dann stehen wahrscheinlich die Touristen dort in Furtlandia mitten im Regenwald und fragen sich so, wie obszön die Ideen eines extrem reichen Mannes sein können. Ja, und ja, so beende ich diese bizarre Geschichte mit einem passenden Zitat von Henry Ford Höchst selbst. Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Und ich sag's jetzt mal auf brasilianisch oder portugiesisch Fim e adeus. Das war die Story. Ich bin wirklich interessant. So, jetzt vielleicht noch eins. Vielleicht wollte das Olli gerade fragen. Wolltest du was fragen? Nein, eigentlich wollte ich nur sagen, ich hab zwar gehört, dass er da unten so eine Plantage hatte, aber dass es so schief lief, hab ich noch nie gehört. Was ich euch ja noch nicht erzählt habe, ist die Verbindung zwischen Rekervik und Furtlandia. Ganz einfach. Johann Johansson hat ein Album, ich glaube in 2002 oder so rausgebracht, das heißt Furtlandia. Und als ich das das erste Mal 2003, glaube ich, oder so hörte, war ich derart fasziniert von diesem also erst mal von dieser Musik und hab mich dann gefragt, warum heißt das denn Furtlandia? Und dann hab ich damals irgendwie so ein bisschen rumgegoogelt, da gab es tatsächlich echt nur, glaube ich, Google und Yahoo, ich weiß es gar nicht. Naja, und bin dann darauf aufgehend geworden und seitdem hängt das so ein bisschen in meinen Gedanken und ja, ich hab auch diverse Bücher hier, die ich auch entsprechend verlinke, da hab ich auch ein bisschen mit drin, die mitverwendet als Quelle. Ja, ziemlich spannend. war übrigens 2008 und folgte auf dem Album IBM 1401, ja. Sehr höhenswert. Also ich hör's gerade. Okay. Okay. So leise im Hintergrund. Ah ey, du wirst davon nur depressiv, lass es, mach das in Ruhe. Mach das, wenn der Lockdown dann am Montag da ist, dann kannst du. Der Lockdown ist bei mir schon länger da. Ja, 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 gut. Okay. So viel zum Thema Hybris. Es ist aber doch schon faszinierend, was damals noch mit diesem Geld möglich war und wie risikofreudig so ein großer Multimillionär, Milliardär damals ja war. So ein Risiko wird, glaube ich, heute keiner mehr einzeln eingehen, der noch klar bei Verstand ist, weil das erstaunlich ist, der hat ja zum Beispiel, also ich hab, ich hab da schon mal einen Bericht drüber gesehen, deswegen weiß ich von Fortland. Ja, ich fand's auch faszinierend. Deswegen verstehe ich, dass es dich sofort gehuckt hat, weil ich dachte mir auch, wie kann sowas passieren? Wenn ich mich richtig erinnere, haben viele Experten auch schon damals die Köpfe drüber geschüttelt, mit welcher Arroganz und tatsächlich wurde gerade von britischer Seite von einer typisch amerikanischen und kapitalgesteuerten Arroganz gesprochen, weil der hat's zum Beispiel noch nicht mal, wie heute, wenn sowas gemacht würde, würde jemand vorher clevererweise hingehen, würde versuchen, bei Unternehmen, die sowas schon mal gemacht haben, Experten abwerben, damit man mich genau weiß, auf was mich einlässt. Und das hat er nicht gemacht. Das ist, ich glaube, das ist auch genau das, was ihm das Rückgrat im Falle Furtlander gebrochen hat oder was, glaube ich, auch Furt oftmals gemacht hat. Der hat auf Experten, sogenannte Experten, geschissen. Sondern er hat einfach gesagt, nö, brauche ich nicht, mache ich selber. Das brauche ich keinen Experten, keinen Spezialisten dazu. Ich weiß, wie es geht. Wie hieß er nochmal, der Landspekulator, der das gemacht hat? Der Blakely. Der Blakely muss ein unheimlich charismatischer Typ gewesen sein, muss bei Fort Mords gepunktet haben. Deswegen hat er den Job auch bekommen. Nur, nur, dass er halt, also außer Spesen war bei ihm halt leider nicht viel gewesen. Für die Landakquisition muss er gut gewesen sein, weil er es geschafft hat, die brasilianischen Offiziellen da zu überzeugen. Aber, also, der war kein Manager. Der dachte wahrscheinlich, der macht das so ein bisschen wie so eine Art Südstaatenplantation. Ja, genau. Der setzt das auf und dann läuft das. Genau. Ja, das zieht sich, glaube ich, durch die gesamte Unternehmung, dass da wirklich diese Arroganz, diese überbordene, dem echt, oder denen, diesem ganzen Unterfangen zum Verhängnis geworden ist. Vor allem, weil es ja wirklich so, also ich meine, das sind ja Anfängerfehler, möchte man fast sagen. Aber weißt du, ich will eine Pflanze anbauen, dann weiß ich doch, was mit der Pflanze passieren könnte. Dann lerne ich zum Beispiel, warum stehen die auf Plantagen so weit auseinander? Nicht, weil die so doof sind, um den Ertrag zu maximieren, sondern weil es vielleicht einen Grund haben könnte. Aber solche Leute haben meist nur Zahlen im Kopf. Wenn da steht, wenn ich jetzt doppelt so viele Bäume pflanze, dann kriege ich doppelt so viel Geld raus. Möglichst wenig Ausgelben und viel Profit. Da könnte man den Schlag zur heutigen Zeit, zum Kontext unserer Zeit machen. Das sieht man, was man davon hat, wenn man nicht auf Experten hört und sich irgendwie für schlauer hält. Oh ja, oh ja. Also Glück haben wir Ich möchte nicht nach hinten los. Unser Hildmann, der klärt uns schon. Ah, der Avocado. Olli. Der Avocado. Müssen wir kurz reden? Ja, darüber was verstanden. Ich verlasse hier diese Jury. Oh Mann. Ja, abschließend können wir ja noch mal, bevor wir zum Feedbackblock kommen, in die Runde werfen. Danke, liebe ZuhörerInnen, dass ihr euch mittlerweile schon doch etwas häufiger gemeldet habt in Sachen Gewinnspiel Ralf Grabuschnick Buch. Also wir haben jetzt hier schon einige AnwärterInnen und wir warten mal noch, bis sich der Topf weiter füllt. Das kann nicht mehr so lange dauern und dann wird es eine Auslosung geben müssen, wie ich das so sehe. Ja. Wer macht denn da die Losfee? Weiß nicht, müssen wir mal überlegen, ob man das vielleicht dann in der nächsten oder übernächsten Folge, dann müssen wir dann auslosen, schön vom Mikrofon. Die nächste, Karol, wird, glaube ich, schwer. Naja, selbst dann könnte man das ja machen. Klar. So ganz am Ende nach den 10 Stunden. Ja. Wer mir das dahin durchhält. Ja, genau. Wer mir das dahin durchhält. Und das Code-Wort uns zusendet. Genau. Er erfährt, ob er gewonnen hat. Ja. Blöd, wenn man eine Vorspülerfunktion hat, ne? Ja, Pech, ne? Macht doch keine Stunde sieben von zehn. Also es wird versteckt. Natürlich. Das muss man dann durchhören. Wir werden sehen. Also spitzt die Ohren. In, ja, eine der nächsten Folgen werden wir dann mitteilen, wer oder ob es welche, wie viele Gewinner es gibt und so weiter. Und jetzt sollten wir vielleicht nochmal kurz den Feedback-Blog eröffnen und den Zuhörer mitteilen, wie, was, wo. Ach so. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich diese Klammer echt sehr interessant fand. Das war ein schönes Bild. Und ich höre mir ja gerade ja das Fortlandier an. Ja. Und muss dann sagen, die Filmmusik, also die Filme sind schon verdammt gut. Also das sind einige meiner absoluten Lieblingsfilme drunter. Ja, ja, ja. Geht mir auch so, ja. Schön. Ja. Aber, Entschuldigung. Prima, gut. www.historia-universales.fm FM. Was war das denn jetzt? FM. Bist du schon, du bist ganz traurig von der Musik. FM. Genau. Oder ihr könnt uns, wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, oder sowieso grundsätzlich eine E-Mail schreiben an podcast at historia-universales.fm Ihr könnt aber auch zu Facebook gehen und da gebe ich weiterhin unseren staatlich anerkannten offiziellen Facebook-Verantwortlichen, Olli. Da sind wir unter dem Händel Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis. Aber dann gibt es ja noch Twitter, Karol. Es gibt noch Twitter, ja, richtig. Twitter gibt es. Schön übrigens, dass uns immer mehr Menschen auf Twitter folgen. Vielen Dank dafür. Ihr kriegt von uns regelmäßig DMs mit dem Slack-Channel Link. Da klickt ihr dann bitte drauf und dann könnt ihr in den Slack-Channel kommen. Aber der Twitter-Händel lautet at Geschichtspod und da folgt uns, twittert uns an whatever. Ja, und dann gibt es noch zum Beispiel YouTube. Oh, das weiß ich. Sag mal. Da findet man uns, ich habe es gerade übrigens vor Augen, da findet man uns einfach, wenn man Historia Universalis eingibt. Ich habe sogar eben Auto vorgegeben schon bekommen mit Podcast hinten dran als Präzision. Also das findet man garantiert. Ja. Ihr findet uns auch auf Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Da sind wir, glaube ich, irgendwie habe ich jetzt kürzlich gesehen, irgendwo gerankt bei Geschichtspodcasts irgendwo in irgendeiner Top. Spotify. Ja, 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 ja. Aber nichtsdestotrotz, wer möchte, kann uns natürlich auch gerne anrufen. Wir haben einen Anrufbeantrag für euch ans Telefon gehängt, der auf euren Anruf wartet und den entgegen nimmt. Unter welcher Telefon nochmal Elias. Also erstmal musste ich gerade feststellen, dass wir, Stand jetzt, genau 200 Abonnenten haben auf YouTube. Oh, das ist so schön. Dafür, dass wir eigentlich YouTube nur nebenbei laufen lassen. So, ehrlich sind wir dann doch. Dass ich eigentlich nur auf meinem Müll gewachsen ist, weil ich das wollte. Ja, ist das doch überraschend. Hättest du damit gerechnet, Karol? Offengestanden nicht. Ich bin, ich bin immer der Meinung, dass du weißt, das ja, YouTube ist eine große Müllhalde und man muss wühlen, bis man ein schönes Stück findet. Aber eben, ihr habt wahrscheinlich einfach gewühlt und ein schönes Stück gefunden, ein schönes Stück YouTube, nämlich Historia Universalis. Aber die Telefonnummer, die du eigentlich haben wolltest, ist, was wird hier gelacht? Nur so, ist eine Wespe gerade hier. Ja, ja. Ich bin stets vorbereitet, das weißt du doch. 0351-841-686-20. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Zuhören. Ja, schaltet wieder ein. Nächsten Sonntag wird es dann eine besondere, interessante, eine Jubiläumsfolge geben. Seid gewarnt, das ist eine extra, extra, extra lange Folge. Wir haben auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gehört. Ja, nachdem sich beschwert wurde, dass die Folge 50 zu kurz war, werden wir jetzt wahrscheinlich die Beschwerden bekommen, dass Folge 100 zu lang ist. Genau. Also seid gewarnt. Aber ansonsten, ja, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Danke, Flo, dass du mit an Bord warst. Danke, sehr gerne. Oni, fürs Dabeisein und natürlich auch vielen Dank, Elias, an dich und an euch, liebe Zuhörerinnen. Ja, bleibt gesund, ne? In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Adoich. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.